Hallöchen Leute und herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich werde heute eure Fragen beantworten und am Ende die Personen auch grüßen. Aber zuerst... Da bald Weihnachten ist, brauchen wir einfach mal ein bisschen Weihnachtsstimmung. Aber jetzt geht's ab zu den Fragen. Ja, ich habe eine Schwester und ihr Name lautet Christina. Ihr Kanal ist auch in der Beschreibung verlinkt, also schaut gerne mal bei ihr vorbei. Und ich grüße Moon. Ja, ich spiele in Roblox Adopt Me. Und meine Dreampads sind, ähm, gefühlt fast jedes Pad in Adopt Me ist mein Dreampad. Aber hier sind mal ein paar Beispiele. Und nun zu deiner zweiten Frage. Mein Lieblingsfach in der Schule ist entweder Mathe oder Englisch. Und Erdkunde ist mein Hassfach. Muss ich etwa in meinem späteren Leben wissen, wo alle Länder auf der Karte sind? Außerdem war ich noch nie gut in Erdkunde. Und ich grüße dich. Und vielen Dank für 100 Abos. Ich weiß, es ist echt zu schätzen. Schönen Tag euch noch. Tschüssi. 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 I swear I'm not doing anything No, I ain't gonna comb my hair Cause I ain't going anywhere